Ich freue mich, dass wir heute mal wieder hier in Füllen zusammenkommen können. Letztes Jahr war das ein bisschen schwierig, weil hier saniert wurde. Und jetzt nach der Sanierung mit neuer Mikrofonanlage, ich hoffe, ihr versteht mich alle. Frieder Weber sei Dank, er hat mir hier ein paar Namen aufgeschrieben, die ich besonders begrüßen möchte. Und ich freue mich auch, dass so viele gekommen sind, die nicht Ortslandwirte sind. Zuerst darf ich zwei Landtagsabgeordneten hier ganz herzlich begrüßen. Claudia Ravensburg, schön, dass du da bist. Ja. Wir sind aus dem Nordkreis Jan-William Bohlmann, schön, dass du da bist. Als ehemaligen Landtagsabgeordneter Heinrich Heidel, ich weiß, dass du, wenn es dir möglich ist, immer bei landwirtschaftlichen Veranstaltungen bist. Aber wir freuen uns sehr, dass du auch dabei bist. Eigentlich sollte der Landrat heute hier auch sprechen, er lässt sich wegen Terminüberschneidungen aber entschuldigen. Genauso der Bürgermeister, dafür sollte die erste Beigeordnete dann hier sein. Heinrich, du bist für den Bürgermeister hier. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. Und ich habe die Frau Kuberth auch noch nie gesehen. Ja, Fritz Schäfer darf ich ganz herzlich begrüßen als mein Amtsvorgänger, über 30 Jahre lang dieses Amt innegehabt. Drei Star, Marcel Löhre. Mein Stellvertreter Marcel Löhre darf ich auch ganz herzlich begrüßen hier. Vom Bauernverband ist der Vorsitzende von Valdeck da, Heiko Kiewig. Olaf Fackinger lässt sich entschuldigen, er hat auch einen anderen Termin. Die beiden Geschäftsführer, Andrea Bohle und Matthias Eckel, sind auch hier. Schön, dass ihr da seid. Aber ihr seid ja sowieso Gebiet St. Kauausschuss, da gehört er sowieso dazu. Von der LWH darf ich Herr Kohn und Wolfgang Brieder ganz herzlich begrüßen. Vom Veterinäramt ist Frau Dr. Anke Zwolinski da. Wir haben uns eben auch schon kurz ausgetauscht. Schön, dass Sie da sind. Von der WLZ darf ich Herr Osterholz ganz herzlich begrüßen. Und Olaf Diederk als GDR, ja, er ist mit der Kamera da hinten, er hält das Ganze fest. Schön, dass ihr da seid. Matthias Münch vom Maschinenring ist auch hier, wir haben uns auch eben schon mal gesehen. Genauso Dr. Bauer als Leiter der Fritzlerer Technikerschule. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken bei der Feuerwehr hier aus Föhl, die diese Wertung übernimmt. Das klappt ganz hervorragend, zumindest in der Vergangenheit und auch bei dem Hausmeister Herr Körser für die sehr rechten der Bestuhlung. Vielen Dank. Ja, ich hatte mir einiges auch aufgeschrieben. Wir können vielleicht nachher nochmal drauf zukommen. Ich will das jetzt am Anfang nicht so in die Länge ziehen. Welche Themen uns die letzten Jahre so begleitet haben, als Kreislandwirt, aber auch als Gebietsagrausschuss. Ein paar Beispiele, die Ausweisung der roten Gebiete, da sind wir Landwirte ja nicht mit zufrieden. Wir haben ein mangelhaftes Messstellennetz. Die ganzen Auflagen, die damit verbunden sind, das Düngen unterhalb des Bedarfs, das passt uns Landwirten nicht. Weidetierhalter und Naturschutz im Zusammenspiel mit Wolf ist auch so ein Thema. Der versprochene Bürokratieabbau, den fast jeder Politiker im Wort führt, aber wenn wir Landwirte so einen Ausdruck hören, dann wissen wir genau, wir dürfen noch einen Aktenordner mehr kaufen. Das nächste Thema wäre Planungssicherheit bei Baumaßnahmen oder auch gleiche Vorschriften EU-weit und auch auf importierte Lebensmittel. Der Flächenverbrauch in Sachen Siedlung, Naturschutz, PV- und Windkraftanlagen, alles braucht unsere Fläche. Bei näherer Betrachtung fallen uns sicher noch einige Themen mehr ein. Die letzten zehn Jahre, da war es immer schwierig, Zugang zur Hausspitze in Wiesbaden zu kriegen, wenn wir solche Themen diskutieren wollten. Politiker neigen dazu zu sagen, da können wir nichts zu. Das ist je nach Abgeordneten mal Wiesbaden, mal Berlin oder Brüssel in Schuld. Seit einem Jahr haben wir eine neue Landesregierung mit einer neuen Hausspitze und verbunden damit von unserer Seite die Hoffnung auf einen anderen Stil in der Politik. Die ersten positiven Signale kamen damals bei den Koalitionsverhandlungen, wo der Bauverband sehr nah eingebunden war. Ein paar Themen sind auch sicher schon umgesetzt worden. Ich sag mal, die schnellere Umsetzung oder Ausbringung von Dünger auf gefrorenem Boden als Beispiel. Die Auszahlung der Flächenbeihilfe, die in manchen Bundesländern sehr lange auf sich haben warten lassen. Dank der neuen Regierung hat das eigentlich, zumindest was die normalen Flächenbeihilfen angeht, sehr reibungslos geklappt. Auf dem Hessentag in Fritzlar, da habe ich den neuen Staatssekretär, Herr Daniel Körfer, kennengelernt. Wir hatten ein sehr nettes Gespräch und ich darf ihn an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen auch. Ich freue mich, dass das so geklappt hat. Sie hatten mir das damals auch mehr oder weniger zugesagt. Wenn wir mal im Termin haben, würden Sie gerne kommen. Schön, dass das heute geklappt hat und wir würden uns freuen, wenn Sie uns über die Pläne der Landesregierung erzählen würden, was ist schon umgesetzt worden, was ist noch in der Pipeline. Herr Körfer, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Vollprach, sehr geehrte Ortslandwirte, sehr geehrte Abgeordnete. Sie sind ehemalige Abgeordnete, aktuelle Abgeordnete. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bitte etwas über die Arbeit der Landesregierung in den letzten neun Monaten und auch einen Ausblick auf das, was wir weiterhin vorhaben, zu geben, ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute Abend die Möglichkeit habe, bei Ihnen, die wir heute Abend bei den Ortslandwirten im Landkreis bei den Krankenberg zu sein. Ja, Sie haben es gesagt, wir sind noch nicht ganz ein Jahr, wir sind jetzt etwas mehr als neun Monate in dieser Landesregierung in Verantwortung. Und innerhalb dieser neun Monate war es uns ein wichtiges Anliegen und ich denke, es ist uns auch zu teilen, Sie haben einige Beispiele bereits genannt, auch gelungen, die Agrarpolitik in Hessen neu auszurichten und auch die heimische Landwirtschaft zu stärken. Unser Ministerpräsident Boris Rhein hat es mal als Renaissance der Realpolitik bezeichnet und unser Ziel ist es, ja, ich würde es dann vielleicht mal etwas abwandeln, in die Rückkehr der Agrarpolitik zu kommen und unsere heimische Landwirtschaft zu stärken. Das versuchen wir natürlich dadurch, dass wir selbst politisch Akzente setzen. Ich will aber vielleicht mit einem Thema beginnen, wenn Sie mir das gestatten, was uns leider Gottes ja nicht überraschend, weil das haben uns Expertinnen und Experten recht früh gesagt, es ist keine Frage, wann ihr erwischt werdet, Entschuldigung, ob ihr erwischt werdet, sondern nur wann ihr erwischt werdet. Es ist aber ein politisches Feld gewesen, auf dem wir agieren mussten und zwar im Sinne unserer Landwirte und ich denke, es ist uns ganz gut gelungen, auch bisher, aber es ist etwas, was uns vor große Herausforderungen in den letzten Monaten gestellt hat, und das ist die Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest, die natürlich ganz wesentliche Herausforderungen auch für unsere Nutztierhaltung und für unsere Schweinehaltung mit sich bringt und auf die wir reagieren mussten. Da konnten wir gar nicht agieren so schnell, sondern es war eine Reaktion, die erforderlich war, aber es war eben auch eine schnelle Reaktion erforderlich und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Sie alle wissen, dass die afrikanische Schweinepest hochgefährlich ist für Schweine, die in fast allen Fällen tödlich endet. Wir haben keine Impfmöglichkeiten dagegen und sie bedeutet, was die Fragen von wirtschaftlichen Folgen betrifft, für unsere Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter eine große Herausforderung. Und ich kann mich noch erinnern, ich kam gerade von einer Verbraucherschutzministerkonferenz in Regensburg zurück, oder war gerade auf dem Rückweg, als ich die Mitteilung bekommen habe, wir haben unseren ersten Verdachtsfall. Das war am 14. Juni diesen Jahres. Am 15. Juni diesen Jahres haben wir dann mitgeteilt bekommen, okay, es ist nicht nur ein Verdachtsfall, sondern ihr habt in Hessen jetzt die afrikanische Schweinepest, ihr müsst damit umgehen. Und unser Ziel war es damals und ist es bis heute, dafür zu sorgen, dass wir das Infektionsgebiet so klein wie möglich halten, um eben eine weitere Übertragung, insbesondere dann natürlich auch auf die Nutztiere zu verhindern. Und was damals gefordert war, war ein schnelles und pragmatisches Agieren. Und es ist uns damals in den ersten Stunden, in den ersten Tagen gelungen, unkompliziert und unbürokratisch, und das ist für eine Verwaltung, weil wir, Sie haben das Thema Bürokratie ja eben angesprochen, vielleicht nicht immer so ganz typisch, aber wir haben als Verwaltung damals schnell reagiert. Wir haben gesagt, wir bauen jetzt Zäune, ohne zu fragen, wer ist denn da jetzt originär für zuständig. Grundsätzlich gefahren ab, wir sind die kreisekreisfreien Städte, aber wir haben natürlich schon gesehen, das ist eine Krisensituation, das ist eine Seuchensituation, die über Kreisgrenzen hinausgeht. Und wir haben gesagt, wir fangen trotzdem an, die Zäune zu bauen. Wir haben am 17. Juni, also zwei Tage später, haben die ersten Elektrozäune entlang von Straßen gestanden, damit wir eben in der Lage sind, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und wir haben auch nicht gefragt, was kostet das? Ich bin sehr dankbar, dass unser Finanzminister auch gesagt hat, wer das am Ende des Tages zahlt, das klären wir dann schon hinten raus, sondern macht erst mal. Deshalb haben wir gesagt, es muss jetzt gehandelt werden und bestimmte typische bürokratische Fragen klärten wir später. Und dass uns das gelungen ist, übrigens immer nur, weil, nicht dass da ein falscher Zungenschlag reinkommt, wir haben es selbstverständlich immer rechtskonform gehandelt, also so ist es nicht. Aber die Frage, lässt man sich durch bürokratische Fragen aufhalten oder nicht, war eben keine, die wir uns damals gestellt haben. Und wir haben, die Europäische Kommission hat uns dann im Juli Veterinärmedizinerinnen und Veterinärmediziner ins Land geschickt, die ein Gutachten sollten, wie haben wir denn agiert? Und die haben gesagt, die haben das genau richtig gemacht. Und das ist etwas, was ich eben auch als Realpolitik bezeichne, nämlich einfach schnell und pragmatisch zu behandeln, natürlich auch rechtskonform, um Gottes Willen, aber eben schnell zu agieren und zwar im Sinne derjenigen, die von unseren Handlungen als Politik am Ende des Tages profitieren. Und wie gesagt, die Eindämmung des Infektionsgeschehens im Sinne unserer Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter ist ein ganz wesentliches Element dessen, was wir bis heute tagtäglich versuchen. Und das ist einfach etwas, was, wie gesagt, ein Thema, was wir uns nicht ausgesucht haben, aber mit dem wir umgehen mussten, denke ich, auch als Landesregierung verantwortungsvoll auf den Weg und in die Umsetzung gebracht haben. Und das ist dann etwas, was Sie mir hoffentlich gestatten. Im Vorklapp jetzt zu dem eigentlichen Thema, wo haben wir aktiv etwas gemacht, dann doch auch zu erwähnen. Ja, Herr Volk, Sie haben selbst schon gesagt, Wolf, ein wichtiges Thema. Das war natürlich eines der Themen, die wir uns auch schon ganz zu Beginn im Rahmen des 11 plus 1 Sofortprogramms der Landesregierung auf die Fahnen geschrieben hatten. Wie gesagt haben, wir brauchen jetzt die Trendwende Wolf. Ja, stimmt, wir haben uns hier. Mittlerweile, denke ich, zeigt es ja der weitere Ablauf dessen, was dann passiert ist, wie weitsichtig das war, wie unsichtig das war, damals schon zu sagen, wir müssen jetzt in dieses Thema reingehen. Und ich bitte übrigens auch den Abgeordneten des Hessischen Landtags, die Koalitionsfraktionen, sehr, sehr dankbar, denn sie haben dieses Thema mit ganz, ganz großem Engagement vorangetrieben. Und deshalb war es uns möglich, den Wolf so schnell jetzt ins Hessische Jagdrecht aufzunehmen und damit eben auch eine Voraussetzung zu schaffen für ein aktives Bestandsmanagement beim Wolf. Und die wachsende Wolfspopulation ist schlicht und ergreifend, Sie haben es eben in Ihrem Eingangsfußwort gesagt, eine große Gefahr. Sie ist eine große Herausforderung für unsere Weidetierhalter. Und damit ist sie auch eine große Gefahr für das, was die Weidetierhaltung bedeutet. Nämlich, sie ist entscheidend für den Landschaftsschutz, sie ist entscheidend für den Erhalt der Biodiversität. Und wenn wir das ernst meinen und immer wieder darauf hinweisen, dass es so ist, dann müssen wir eben auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter ihrer Aufgabe, ihrer Funktion nachkommen können. Und natürlich, wir haben auch die Weidetierrichtlinie erneuert. Wir haben dafür gesorgt, dass unbürokratische Entschädigungen jetzt gezahlt werden können bei Wolfsrissen. Wir haben auch tatsächlich die Förderung erhöht für Schutzmaßnahmen. Nur, mehr Geld für Zäune alleine reicht nicht, sondern wir brauchen eine maßvolle Bejagung des Wolfs. Wir brauchen ein aktives Bestandsmanagement. Und das geht eben nur, indem wir... Doch, das haben Sie verweisen. Ah, genau. So besser ist das besser? Genau. Ja, irgendwie ist mein Oberkörper zu kurz. Gut. Ja, so ist es, glaube ich, besser. Genau. Also, wie gesagt, mit einzig und allein mehr Geld für Zäune ist es nicht getan. Das wird das Problem Wolf nicht lösen für die Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter, sondern wir müssen eben in der Lage sein, ein ausgewogenes und aktives Bestandsmanagement zu betreiben. Und dafür ist die Aufnahme des Wolfs ins hessische Jagdrecht ein erster Schritt. Und was wir jetzt eben sehen, ist etwas, was lange Zeit übrigens auch an der Haltung der Deutschen Bundesrepublik gescheitert ist, ist, dass die Lockerung des Schutzstatus des Wolfs auf Ebene jetzt erfolgt ist, beziehungsweise erfolgen soll. Sie ist auf den Weg gebracht worden. Und jetzt ist es natürlich von uns, damit wir halt auch in Zukunft Handlungsspielräume schaffen können, für Regionen mit vielen Wolfsbrüllen, für den Umgang mit sogenannten Problemwölfen, von ganz entscheidender Bedeutung, dass der Bund, jetzt haben wir seit gestern Abend eine etwas schwierigere neue Situation, ja, aber wir erwarten weiterhin von der Bundesebene, dass sie die notwendigen Änderungen der FFH-Richtlinie, die notwendigen Änderungen der Gana-Konvention weiter vorantreiben, um dafür zu sorgen, dass wir eben ein Wolfsmanagement effektiv und dauerhaft in Zukunft sicherstellen können. Und wie gesagt, wir sind als Hessen mit der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht bestens vorbereitet und erwarten nun, dass die weiteren Schritte erfolgen können, damit wir dann eben mit Problemwölfen auch adäquat umgehen können. Und auch das, wie gesagt, ist etwas, was wir als Rückkehr einer Agrarpolitik im Sinne der Stärkung unserer heimischen Landwirtschaft verstehen und wo wir, denke ich, dann eben auch auf einem sehr hohen Weg sind und wo wir auch nicht weiter nachlassen werden, auch gegen eine, wie auch immer gearteten oder aufgestellten Bundesregierung jetzt weiter Druck zu geben. Und wie gesagt, es besteht ja auch nicht, dass wir als bald dann eine neue haben und auch da werden wir natürlich bei diesem Thema weiter Gas geben. Ich habe eben kurz über die ASP gesprochen. Ein Thema, was übrigens auch im Zusammenhang mit der ASP vielleicht nochmal mehr in den Fokus gerückt wurde, ist der Erhalt regionaler Schlachtstätten. Wir haben eine sinkende Anzahl von Einrichtungen und das belastet natürlich die Landwirtinnen und Landwirte. Das unterhält übrigens auch die Idee der regionalen Vermarktung. Wir haben es gerade jetzt im Südhessen, ich bin natürlich in Weidek Frankreich, aber ich habe es als Beispiel durch Südhessen, aber wir haben in Prenzbach, im Bodenwald, den letzten Schlachthof verschlossen. Und das bedeutet, dass die Landwirte jetzt natürlich viel übergrößert entfernen und es ist schlecht für die Umwelt und es schadet den Landwirtinnen und Landwirte. Deshalb setzen wir uns dafür ein. Wir haben auch in der Agrarministerkonferenz in Italien einen entsprechenden Antrag gestellt, dass wir die Schlachtstätten nicht durch überbordene Bürokratie oder die Existenz der Schlachtstätten nicht durch überbordene Bürokratie auf das Spiel setzen. Wir wollen dieses Schlachthofsterben stoppen. Und dafür müssen wir sorgen, dass die Bürokratie für die Hürden insbesondere und natürlich für kleine, amtlöbliche Schlachtbetriebe verringert werden. Und dies ist ja letztlich das Rückgrat der regionalen Fleischstätten aufzukommen. Und deshalb müssen wir, Sie halten, wie gesagt, wir haben uns auf der Agrarministerkonferenz auch schon erfolgreich damit einen Antrag eingebracht und auch da entsprechende Erwartungshaltung adressiert und entsprechende Vorschläge gemacht. Bürokratie, ich habe es gerade selbst schon angesprochen, und Sie haben es auch angesprochen in Ihrem Vorwort, ist natürlich ein Dauerbremmer für die Landwirtschaft bzw. der Abbau hoffentlich von Bürokratie. Das ist eine Daueraufgabe und auch da waren wir aktiv. Wir haben insgesamt als Länder, aber Hessen hat sich da auch in besonderem Maß hingebracht, dem Bund über 200 Vorschläge zum Bürokratieabbau gemacht, und zwar im Fach- und Förderverfahren, wo es gar nicht gut an einzigen Stellen ging. An manchen Stellen ging es auch um größere politische Themen, das ist aber Stichwort Stoffstrombilanz, aber es ging auch wirklich manchmal um ganz kleine Stellschrauben im Bereich von Fach- und Förderverfahren. Ich sage mal, das war bei der Agrarministerkonferenz, seitdem sind wir weiter mit dem BMEL in Verhandlungen. Manchmal bin ich mir auch gar nicht sicher, ob das BMEL da der eigentliche Verhandlungspartner ist oder ob nicht im Hintergrund das BMOV auch noch tatsächlich sehr, sehr steuernd mitwirkt. Auf jeden Fall gestalten sich diese Gespräche auch nicht immer ganz einfach, manchmal etwas zäh. Das mag aber auch einen unterschiedlichen Verständnis, was wir in Hessen auf der einen Seite haben und der Bund auf der anderen Seite hat, was die Frage von bürokratischem Aufwand betrifft. Ich will ein einfaches Beispiel geben. Wir hatten mit der Bundesregierung eine Diskussion über eine Regelung der EU, die wir gerne eins zu eins umgesetzt gehabt hätten. Diese Regelung hätte mehr Flexibilität, mehr Wahlmöglichkeiten für die Landwirte und Landwirte bedeutet. Die Bundesregierung hat dann gesagt, ja, wenn die Landwirtinnen und Landwirte mehr Wahlmöglichkeiten haben, dann haben wir ja aber einen größeren Aufwand bei der Überprüfung. Das heißt, der Bund versteht Bürokratieaufwand als zusätzlichen Aufwand für die Verwaltung durch selbst geschaffene Regeln. Wir verstehen Bürokratieaufwand als Aufwand durch die Verwaltung für Landwirte und Landwirte geschaffen. Wenn man aber ein so unterschiedliches Verständnis hat, dann darf man sich nicht wundern, dass der Bund sagt, ja, wenn wir Bürokratie abbauen wollen, dann bedeutet das, wir wollen unseren Landwirtinnen und Landwirten mehr Fesseln anlegen, Hauptsache unsere Verwaltung hat mit mehr zu tun. Dann darf man sich am Ende des Tages aber nicht wundern, dass wir immer wieder an dieser Stelle in Diskussionen, die wir mit der Bundesebene führen, dicke Bretter bohren müssen, weil, wie gesagt, da ein ganz anderes Verständnis davon vorherrscht, wer denn mit Bürokratie den größeren Aufwand hat, nämlich die Adressaten oder die Verwaltung selbst. Es gibt sicherlich noch weitere Punkte, die ich ansprechen könnte, da haben Sie mir aber schon ein paar vorweggebracht. Das sind nämlich Punkte, wo wir als Hessen selbst vielleicht auch besser arbeiten können, Bürokratie abbauen können, ohne dass wir weitere Ärenden brauchen, ohne dass wir uns mit dem Bund oder irgendwas einigen müssen, oder dass wir den Bund brauchen, um sich mit der Europäischen Union auf irgendwas zu einigen. Und da ist ein wunderbares Beispiel, Sie haben es angesprochen, nicht nur noch auf angefangenen Boden, wo ich da vielleicht auch noch dazu sagen darf, es hieß ja immer, wir brauchen eine Lösung nach dem Vorbild der bayerischen Regelung. Wir haben dann damals gesagt, okay, das machen wir, und dann haben wir gesagt, können wir die bayerische Regelung denn mal sehen? Dann haben wir festgestellt, es gibt gar keine schriftliche Regelung in Bayern. Das wurde so konvertiert, das wurde behauptet, das findet sich auch überall wieder. Also haben wir selbst eine Regelung beschrieben, und wir haben es dann tatsächlich auch verschriftlicht und immer lastig dann rausgegeben. Das heißt, ich sage, mit ein bisschen Fug und Recht und auch ein bisschen Stolz daneben, wir in Hessen waren die ersten, die eine entsprechende Regelung geschaffen hatten. Und insofern ist das eben auch ein wunderbares Beispiel, wo wir uns selbst immer wieder hinterfragen müssen, und selbst immer wieder schauen müssen, wo können wir es Ihnen als Landesregierung einfach mal leichter machen. Es gibt weitere Punkte, an denen wir aktuell arbeiten, etwa Vereinbarung von Abschiedsregeln und Messerschutz, und auch von diversen Dokumentationspflichten. Da werden wir dranbleiben, da werden wir uns für praktikable Lösungen einsetzen, und dann werden wir auch mit Ihnen, mit den Landwirten, Landwirten im Austausch bleiben, um eben zu schauen, was und wie können wir das am besten für Sie umgesetzt werden. Bürokratische Regeln bedeuten ja im Übrigen auch, das muss man sich vielleicht auch noch mal wieder vor Augen führen, beziehungsweise das muss ich Ihnen eigentlich nicht vor Augen führen, das müssen wir uns eher als Politik immer mal wieder vor Augen führen, bürokratische Regeln bedeuten natürlich auch häufig nicht nur Aufwand, sondern insbesondere dann, wenn Sie schnell wechseln, auch einen Mangel an Planungssicherheit. Und das ist natürlich etwas, was nicht zu einem System der Landwirtschaft passt. Sie denken in der Nation. Und das bedeutet, Sie brauchen Planungssicherheit, gerade auch wenn es um die Zukunft von Betrieben geht. Wir müssen ja jungen Landwirtinnen und Landwirten eine Perspektive geben und müssen ihnen auch eine Chance geben, die elterlichen Betriebe in eine stabile Zukunft zu geben. Das geht nur, wenn wir nicht permanent Regeln ändern. Das heißt, Planungssicherheit ist wichtig, wir brauchen Stabilität und wir brauchen eben auch eine Bürokratie, die nicht nur A, Aufwand bedeutet, sondern wir brauchen auch eine, wir müssen auch dafür sorgen, dass bürokratische Regelungen, die insgesamt Regelungen, die Teil von Bürokratie sind, sich nicht daran enden und die es eben ermöglichen, zentrale Zukunftsinstitutionen, Stichwort Stalbach beispielsweise, eben anzuhalten. Wir dürfen eben nicht dafür sorgen, dass über Jahre und Jahrzehnte, und das ist etwas, was wir mit der noch existierenden Bundesregierung eben an vielen Stellen auch diskutiert haben, wir müssen dafür sorgen, dass dort eben keine Unsicherheit herrscht. Wir dürfen nicht durch Versäumnisse zu Blockaden kommen. Und mein Eindruck ist, ich bin ja auch erst seit neun Monaten in diesem Geschäft unterwegs, aber mein Eindruck ist, dass der Landwirtschaft über Jahre knüppelt zwischen die Beine geworfen wurde, und dass es nicht mal geschafft wurde, mein gestern Abend ist es vorrangig daran gescheitert, aber dass man sich auch in einem Haushalt auf wichtige Maßnahmen für die Landwirtschaft einbaut. Es ist immer wieder in Blockaden geendet, und deshalb haben wir, das sage ich auch gerade mit Blick auf die Geschehnisse gestern Abend und auch heute, auch eine Bundesregierung, die sich für die landwirtschaftlichen Interessen einsetzt, und die auch nicht durch permanent neue Hürden, durch permanent neue Regeln, die Wettbewerbsfähigkeit über Landwirtschaft in Deutschland, die ist konterkariert und gefährdet. Und beim Thema Wettbewerbsfähigkeit ist es ja eben gerade so gewesen, auch in den vergangenen Jahren, dass wir ganz häufig, ich habe das eben als Beispiel gebracht, EU-Regelungen nicht eins zu eins umgesetzt haben, sondern nochmal eine nationale Sonderlockerung bedient brauchten, und die dann ganz häufig dazu geführt hat, dass Sie als Landwirtin und Landwirte nicht mehr wettbewerbsfähig und konkurrenzfähig gegenüber den europäischen Kolleginnen und Kollegen. Karsten Schmahl hat im Rahmen der Diskussion um den Agrardiesen damals gesagt, er wäre ja bereit für Zugeständnisse beim Agrardiesen, aber nur, wenn in allen EU-Ländern der gleiche Weg kam. Aber genau diese Einheitlichkeit, die gibt es nicht, und gleichzeitig haben wir es geschaffen, wir sind nicht die erste Anlassregierung, sondern wir haben es geschaffen. Darf ich mal dazwischen gehen, Entschuldigung, aber wir würden gerne was verstehen hier hinten. Ich denke, da gibt es eine neue Anlage hier in der Halle. Also jetzt habe ich aber echt eine Anlage. Das ist doch hier geschlafen. Es wird immer leiser, leiser, leiser. Einfach nach dem Zeitpunkt, weil das wird jetzt von hier vorne. Das merkt man doch auch, dass es leiser ist. Und dann ist es so, das merkt man hier nicht. Ach, eingeschlafen. Dann halte ich es jetzt mal einfach direkt an den Mund. Das ist zwar nicht so ganz angenehm zum Sprechen, aber ich hoffe, jetzt hören Sie es. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut für alle anderen. Okay. Genau. Also ich habe gerade gesagt, dann wiederhole ich es nochmal kurz, die Frage Wettbewerbsfähigkeit für unsere Landwirte im europäischen Vergleich ist ein wichtiges Thema, weil wir eben in den letzten Jahren die Erfahrung machen konnten, dass wir häufig genug eben nicht EU-Regeln eins zu eins umgesetzt haben in Deutschland, sondern erfahren mussten, es musste eine nationale Sonderlocke gedreht werden, es musste nochmal irgendein Spezifikum dazu gebracht werden und unseren Landwirten zugemutet werden, was sie dann im Umgang mit oder auch im Wettbewerb mit ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen benachteiligt hat. Und ich habe eben auf den Bauernverbandpräsidenten Bezug genommen, der gesagt hatte in der Diskussion um den Agrardiesel, dass er gesagt hatte, er wäre ja sogar bereit, da Zugeständnisse zu machen, aber eben nur, wenn alle europäischen Länder da oder alle EU-Länder den Gleichweg gehen würden. Und da gab es keine einheitliche Linie, aber es gab eben tatsächlich in Deutschland die Sondersituation einer zusätzlichen Erschwernis. Und das ist einfach etwas, wo man sagen muss, Wettbewerbsfähigkeit, Planungssicherheit, also ganz entscheidende Aspekte für landwirtschaftliche Betriebe sind in den letzten Jahren unter die Räder gekommen und es ist für uns als Hessische Landesregierung entscheidend, dass wir diese Wettbewerbsfähigkeit stärken, dass wir Planungssicherheit wiederherstellen und ebenso wichtig aber eben auch die Anerkennung für die Arbeit, die Sie tagtäglich leisten, immer wieder auch in den Vordergrund stellen. Wir haben vom ersten Tag an, Sie haben es beschrieben, in dieser Legislaturperiode den Dialog mit Ihnen gesucht. Wir haben um gemeinsame Lösungen, ich will nicht sagen gestritten manchmal, aber schon gerungen und wir werden das auch weiter tun. Für uns ist es wichtig als Landesregierung zu sagen, dass die Landwirtschaft ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft ist und das verdient Respekt, das verdient Wertschätzung, denn sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Nahrungsmittelerzeugung, zur Pflege und zur Kulturnandschaft und auch zur regionalen Wirtschaftung und das muss sich auch im Umgang mit den Landwirtinnen und Landwirten ausdrücken. Und deshalb ist es für uns wichtig, eine nachhaltige und zukunftsorientierte Agrarpolitik mit Ihnen gemeinsam zu formulieren und umzusetzen. Wir haben uns viel vorgenommen, ich habe ein paar Dinge beschrieben, die wir schon gemacht haben und wir möchten weitere Themen eben auch zügig angehen, wenn Sie mir das vielleicht mal schlaglichtartig gestatten. Wir werden ein Landwirtschaftsgesetz auf den Weg bringen, um die Rechte der Landwirte zu stärken und auch Planungssicherheit zu schaffen, denn wir wollen sicherstellen, dass die landwirtschaftlichen Verbände dieselben Rechte wie die Naturschutzverbände haben. Landnutzung und Naturschutz gehören zusammen und deshalb verdienen Landwirtinnen und Landwirte eben auch Mitsprache und Anerkennung für ihre Beiträge zum Naturschutz und deshalb muss es dann eben auch so sein, dass sie sich in der gleichen Art und Weise äußern können und dürfen wie Naturschutzverbände das rechtlich abgesichert eben auch dürfen. Wir wollen zukunftsfähige Konzepte, natürlich auch für den hessischen Ackerbau, für die Tierhaltung und die regionale Vermarktung mit Ihnen gemeinsam erstellen, mit Ihnen erarbeiten. Wir wollen innovative digitale Technologien fördern, Ressourceneffizienzsteigerung ist ein wichtiges Thema, aber vor allem in dem Zusammenhang eben auch wieder das Thema Wettbewerbsfähigkeit und das sind Kernstücke einer modernen Agrarpolitik, die berücksichtigen muss, was für Bedürfnisse unsere heimischen Landwirte, unsere heimischen Landwirtinnen haben und auf diese Bedürfnisse müssen wir unsere Politik zuschneiden und dafür stehen wir und das wollen wir auch gemeinsam mit Ihnen entwickeln. und umsetzen. Deshalb, jetzt habe ich schon sehr lange gesprochen, hoffe ich nicht zu lange, an manchen Stellen, es tut mir leid, zu leise anscheinend beziehungsweise zu weit weg vom Mikro, stehe Ihnen aber gleich gerne auch noch für einen weiteren Austausch zur Verfügung. Deshalb möchte ich jetzt zunächst einfach mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre tägliche Arbeit, für Ihren Einsatz und eben tatsächlich, das gehört eben auch dazu, unter den erschwerten Bedingungen, die Sie in den gerade auch letzten Jahren oder mit denen Sie umzugehen hatten, für Ihr Durchhalteverhältnis. Hessen braucht Sie, wir brauchen unsere Landwirtinnen und Landwirte, wir wollen mit Ihnen gemeinsam dafür sorgen, dass die hessische Landwirtschaft in unserem wunderbaren Bundesland eine Zukunft hat und zwar nicht nur für die jetzigen Generationen, sondern auch für zukünftige Generationen und dabei stehen wir an Ihrer Seite, wir wollen mit Ihnen gemeinsam diese Herausforderungen meistern und dafür sorgen, dass wir eine stabile, dass wir eine respektierte und dass wir eine zukunftsorientierte Landwirtschaft gemeinsam gestalten können, dass wir die auch als Landesregierung entsprechend fördern können. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich a. für die Einladung, b. für die tolle Organisation. Wie gesagt, Mikroanlage muss man dann vielleicht nochmal gucken, aber Sie haben es eben gesagt, all denjenigen, die an dieser Organisation der Veranstaltung heute abbeteiligt waren, der möchte ich mich an Ihren Dank anschließen. Ganz, ganz, ganz herzlich bedanken und freue mich jetzt auf den weiteren Austausch. Ja, schönen Dank, Herr Staatssekretär. Wilfried, kannst du mich verstehen? Ja. Super, das ist schön. Ja, zuerst einmal muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass der Saal so gut gefüllt ist. Ich nehme an, das Interesse an der neuen hessischen Landespolitik ist nach wie vor sehr groß. Ich bin auch froh, dass unser Kreislandwirt den Staatssekretär angesprochen hat, dass er hier mal in den hohen Norden kommt. Jeder weiß, also wer in Wiesbaden tätig ist, das ist immer eine weite Reise und manchmal habe ich so den Eindruck, manche müssen auch ein bisschen weghören, Herr Pohlmann, dass Sie hier das Waldecker, Frankenberger Land so ein bisschen scheuen. Wir sind einfach zu weit weg, es ist zu kalt hier. Trotzdem, Herr Köfer, schön, dass Sie heute hier sind. Sie haben Ihren persönlichen Referenten mitgebracht, Herrn Backhaus. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir heute nicht allgemein nur reden wollen, sondern dass es um Konkretes geht, dass Sie was mitnehmen wollen. Das machen ja alle Politiker, aber dass Sie es dann vielleicht auch weiter anregen und erledigen wollen. Das ist so für uns Bauern immer wichtig. Aber da sind wir auch wirklich guter Hoffnung. Ja, Sie hatten ein Thema angesprochen, was hier oben ganz sensibel ist. Das ist das Thema Schlachtstätten. Ich glaube, das können wir heute hier, das wäre Abend füllen, wenn wir das nochmal von A bis Z aufreißen. Aber da werden Sie aus Waldeck, Frankenberg, immer wieder Anliegen hören, dass wir hier was tun müssen. Wir sind eine viel starke Region. Wir brauchen in der Richtung was und da müssen wir einfach weiter im Gespräch bleiben. Wir haben Glück, das muss ich auch sagen, dass wir so ein starkes Handwerk hier noch haben im Metzgerbereich, die das kompensieren können. Sonst wäre es für uns hier sehr schlecht mit dem Schlachtbetrieb. Zum Thema Bürokratieabbau, da gucke ich jetzt so die Praktiker an, die sagen, naja, da hat sich ja noch nicht ganz viel getan. Da muss ich so als Entschuldigung sagen, ich bin ja auch mittlerweile ein alter Stammbürokrat. So schnell geht das auch nicht. Aber das Ministerium hat eine Stabsstelle eingerichtet zum Bürokratieabbau und da sitzt nicht irgendjemand, sondern da sitzt ein ganz alter, erfahrener Hase, der Herr Trautmann, der vielen bekannt ist, sicher aus der Förderung. Eigentlich sollte er schon in Pension sein, aber der Minister hat ihn gefragt, Herr Trautmann, würden Sie das Amt übernehmen und verlängern? Wir müssen einfach was tun, da sind wir unseren hessischen Bauern schuldig. Und Trautmann hat, so habe ich jetzt erfahren, Ja gesagt und hat verlängert und geht diese Angelegenheit an und der ist wirklich immer im Kontext mit uns und da hoffen wir, sage ich mal, dass da auch in Praxis was da rüberkommt. Wir hatten vor einigen Tagen Amtsleiterbesprechung, da ging es wirklich schon um konkrete Dinge. Jetzt berichte ich mal so ein bisschen aus der Förderung, ohne meine Kollegin da vorgreifen zu wollen. Also wenn man alleine dieses Konstrukt sieht, wenn man die LLH-Seite aufmacht, Öko-Regelung halb zwei. Nein, was man da alles machen kann, was es da gibt, aber auch was man beachten muss, das ist eine Herausforderung. Da sind sicher fachlich sehr gute Sachen drin, das wollen wir auch beibehalten, da müssen wir auch den Fokus drauf legen, aber ich glaube, wir müssen auch einfach mal ein bisschen streichen und Schwerpunkte legen, dass die Praxis da durchsteigen kann, nämlich so wie es im Moment ist, ist es praktisch so, wenn man sich auf den Schlepper setzt und was macht, eigentlich, ja, man macht es in der Regel nicht ganz richtig, um es mal vorsichtig zu formulieren und es ist einfach für die Praktiker kein schönes Gefühl, da muss sich was ändern und da sieht man ja auch, dass man mal wieder mit uns spricht, das war auch nicht immer so in den letzten Jahren und da hoffen wir, dass sich da wirklich in den nächsten Jahren was tut. Ja, wir hatten anfänglich gedacht, wie machen wir das heute Abend, weil auch wir, der Staatssekretär und ich, wir haben uns heute Abend erst kennengelernt und da weiß man ja nie, naja, wie kann man mit jemandem reden, so ein Bauer sagt, wie tickt einer, und wir haben aber gleich gemerkt, wir reden auf Augenhöhe und wir wollen konkret werden, deswegen haben wir vereinbart, wir machen direkt im Anschluss an dieses Input-Referat, machen wir eine Frage- und Diskussionsrunde, weil sonst wird das im Nachgang dann, denke ich, vieles vergessen. Ja, dann würde ich jetzt gern die Runde eröffnen wollen. Wer Fragen hat oder Anregungen an den Herrn Staatssekretär, bitte, der kann beginnen. Ich gebe das Mikro mal runter. Herr Köfer, können Sie eine Aussage treffen zu der Zukunft und der Kulisse der Roten Gebiete hier in Waldeck-Frankenberg? Ich bin einer der betroffenen Betriebe, die auch jetzt vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof gegen das Land Hessen geklagt haben, wegen der Ausweisung der Roten Gebiete und es ist so, ich hatte den Eindruck, dass Ihr Haus sich leider noch sehr hinter der, in der Argumentation, sehr hinter der Vorgängerregierung versteckt hat. Wir sind ja, es waren vier Betriebe, die in diesem Verfahren jetzt waren, die ja sozusagen alle gescheitert sind und es würde mich doch sehr interessieren, wie Ihr, sozusagen Ihr Blick auf die Roten Gebiete ist und Ausweisung und vor allen Dingen auch die Implementierung neuer Messstellen, weil wir halten den Zustand tatsächlich für untragbar, weil eben Messstellen hier herangezogen werden, die unserer Meinung nach und das gilt ja auch für Sie, Herr Hage, a, nicht rechtskonform ausgewiesen worden sind und b, auch eigentlich nicht tatsächlich die Situation widerspiegeln, wie Sie hier von den Nitraten halten im Grundwasser. wie Sie sie tatsächlich darstellen. Das würde mich interessieren, also wie Ihr Blickpunkt darauf ist, Ihre Sichtweise. Ich frage mal direkt, dann ist man morgen alles Blick hoch und dann ist es hier eher, dann ist man das hier zu lange. Ne, ich mach's mal so. Genau. Ja, zum einen ist es tatsächlich so, dass wir schon einen intensiven Fokus darauf legen, das Messstellennetz tatsächlich auszuweiten, auch die Menge von Messstellen tatsächlich zu erhöhen. Das ist auch tatsächlich schon bis zu gewissen Graden gelungen. Wir werden aber auch, wir führen gerade intensive Haushaltsverhandlungen, aber haben auch schon vorher noch zusätzliche Mittel in den Ausbau des Messstellennetzes dann eben zu investieren. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, Sie haben das vielleicht auch mitbekommen, was insgesamt die Frage Umgang mit roten Gebieten, nitratbelasteten Gebieten betrifft. Wir sind auch beim Düngegesetz jetzt in der Situation, dass wir auch, ja gut, wobei ich jetzt nicht genau weiß, mit dieser Bundesregierung Vermittlungsausschuss, also da muss man auch gucken, also wir haben Vermittlungsausschuss, der ist ja angerufen und werden gucken, wie wir weiter damit umgehen. Also es ist ein Thema, was wir im Blick haben, wo wir uns ja auch einen Koalitionsvertrag dazu positioniert haben und was wir in dieser Art und Weise dann eben auch entsprechend angehen wollen in den nächsten Jahren. Wenn Ihnen das zunächst mal reicht. Also in dieser Legislaturperiode ordentlich hinkriegen, verzeihbar. Ohne Grund, in vielen Worten nichts zu sagen. Ich sollte nicht nach auf die lange Bank schieben, verzeihbar, dann hätte ich mich missbestimmt. Ja, hallo. Mir reicht die Aussage jetzt nicht. Und zwar haben wir ja repräsentative Messstellen, die werden vom Land nicht zum Thema hinzugezogen. Währenddessen andere Messstellen, die nicht in landwirtschaftlichen Einzugsgebieten zum Zuge kommen. Da könnten Sie auch noch mal was zu sagen. Beispiel Volkmaßen, Fleischverarbeitungsbetrieb Henkelmann, die Messstelle wurde jetzt neu mit hinzugezogen, erschließt sie uns Landwirten nicht. Ja, da sind wir jetzt in einer etwas schwierigen Situation, sagen wir es mal so. Also grundsätzlich sind wir darauf hingewiesen. Es gibt gerichtliche Entscheidungen, so wo man mit Blick auf tatsächlich das, was in der Vergangenheit gelaufen ist, jedenfalls eine, ja, die Art der Ausweisung jedenfalls nicht kritisiert hat. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft weiter so vorgehen wollen. Aber dann würde ich tatsächlich bitten, ich würde wirklich, das ist das Gute, dass ich am Backhaus dabei habe, bin immer ein großer Fan davon, nämlich Ross und Reiter dann zu benennen. Und Sie haben jetzt eine konkrete Messstelle genannt, von der ich tatsächlich jetzt, weil mein Minister hat mal gesagt, wenn du es nicht weißt, dann sag, du weißt es nicht. Also die, die kenne ich jetzt konkret nicht. Das wäre ein Thema, wo ich einfach sage, das nehme ich mit. Und mache mich an der Stelle schlau. Sie würden mir auch noch hinterlassen, Ihre Erreichbarkeit. Ja, und können wir das so machen, dass wir uns genau über die Frage dieser Messstelle, die Sie in Folgmaßen eben jetzt gerade erwähnt haben, weiter austauschen. Und ich gucke da tatsächlich, was ist da das Problem beziehungsweise was die Herausforderung oder was kann man da machen. Wäre das okay für Sie? Also Sie könnten auch gerne mal bei uns auf den Betrieb kommen. Da könnte man die Problematik vor Ort mal besprechen, weil die mit der einen Messstelle jetzt nicht abgedeckt ist. Wir haben zum Beispiel die länderübergreifenden Grundwasserkörper. Und an der Landesgrenze hört er anscheinend laut der Regierung auf. Weiß aber jeder, das nicht so ist und da sind halt viele Sachen. Wässer für den Gräben etc. Und wir Landwirte arbeiten in Wasserschutzkooperationen schon mehrere Jahre zusammen und erzielen sehr gute Ergebnisse und fühlen uns eigentlich sehr ungerecht behandelt bei der Ausweisung der roten Gebiet. Aber wir können gleich mal im Anschluss sprechen und dann tauschen wir die Adressen aus und dann können Sie gerne mal vorbeikommen. Nein, ich glaube ein Satz dazu. Im Moment, das hat ja den Aufrag das Netzwerk zu erweitern und zu ändern. Da wäre es vielleicht wirklich gut. Ich bitte an das Ministerium, dass die Landwirtschaftsfraktion auch nicht gut kommt. Dass das nicht nur ein Wasserbehörden geht, sondern dass wir Landwirte nach bis zu den Umständen beteiligen werden denken. Allein, dass wir heute der Abend noch mehr können, dass das passiert. Wir können jetzt in meinen Tagen hier in den Kursammkreisen umzuschieben, das hat uns wirklich nicht zurückgebrochen. In der Praxis, aber auch Motivation von vorne, seit Jahren belegen die hohen Gebiete. Wir können sich nachvollziehen. Hier auch eine Verwaltung, also wirklich mit Jochen, ich bin ihm eigentlich dankbar für die sinnlosen Diskussionen. wir können auch nichts sagen. Und deswegen sind wir froh, wenn wir in der Richtung was tun würden, dass wir haftlich begründet mit der Landwirte und auch abgestimmte feststellen haben. Weil, wie gesagt, die Kooperationen arbeiten ja wirklich seit 30 Jahren. Das ist alles so ein bisschen im Hintergrund geplant. Ich denke, das ist jetzt ein guter Moment, dass wir das Thema dann noch mal aufstellen. Das wäre doch effektiv für uns alle. Jo, so können wir uns weiter. Ja, Herr Staatssekretär, ich habe mal eine Frage aus einem anderen Bereich, und zwar zwei Fragen. Sie haben eben mit Naturschutz und was alles angesprochen und das Thema Wolf, was ja doch dem ein oder anderen Weidetierhalter auf den Nägeln brennt. Jetzt gibt es ja in Hessen Zuschüsse für Weidetierhalter, für mich als schafhaltende Betrieb, ich habe das auch in Anspruch genommen. Wir kriegen 80 Prozent auf Zäune vom Netto. Da würde mich mal die Frage interessieren, warum kriegen unsere Kollegen in Bayern 100 Prozent vom Brutto und wir nur 80 vom Netto? Warum kann man das nicht mal angleichen? Und vor allen Dingen, warum muss das immer und ewig so lange dauern? Es heißt immer, wir kriegen Hilfe, wir kriegen Unterstützung. Jetzt haben wir diesen Zaun in Anspruch genommen. Wenn ich das jetzt abrechnen will, über den Fachdienst, ich weiß von Kollegen, die warten seit letztem Herbst auf die Zahlung. Wir müssen ja erst mal in Vorleistung gehen, bis wir die Gelder kriegen. Es wäre schön, wenn das mal ein bisschen angestoßen werden könnte, dass das mal ein bisschen beschleunigt wird, dass wir auch wirklich mal die Hilfe hätten. Und das andere Punkt ist, wenn wir so, ja, es gibt ja nicht nur Ackerbauern, und es gibt ja nicht nur Milchbetriebe, es gibt ja halt auch noch die Mutterkuhalter, es gibt die Schafhaltenden Betriebe, die viel im Naturschutz machen und die viele Töpfchen versuchen anzukratzen, anzuzapfen, wo es immer heißt, wir helfen euch, wir helfen euch, aber unsere Finanzdecke ist so dünn. Wenn das nochmal passiert, was letztes Jahr passiert ist, dass wir ab Weihnachten auf Gelder warten und ich vor ein paar Wochen selber an die WIP-Bank eine E-Mail schreiben muss, weil die Restgelder noch nicht gezahlt wurden im August, dann können sie sich den Naturschutz bald einpacken, weil das schafft keiner mehr. Dann wird das viel abgeschafft, dann müssen wir uns anderweitig ernähren. Also das würde ich euch mit auf den Weg geben, das darf nicht in dieser Form nochmal passieren, sonst könnt ihr den Naturschutz wirklich zumachen. Und da fallen hier oben viele Flächen nieder. Dann ist im Nationalpark oder im Naturpark Kellerwald-Edersee, was beides dem Land Hessen direkt untersteht, die Flächenwege in der Form nicht mehr gesichert. Ja, zum letztgenannten Punkt die Frage, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, die Frage wie E-Bank und die Abwicklung der Förderverfahren ist eine, bei der ich selbst in einem sehr intensiven Austausch mit der E-Bank und auch mit der Geschäftsleitung dort stehe, weil das tatsächlich in unterschiedlichsten Bereichen etwas ist bei diesem Förderverfahren, sowohl im Antragsverfahren als auch tatsächlich dann im Auszahlungsverfahren, wo wir sehr unzufrieden sind, wo wir auch sehr unzufrieden mit der Performance des IT-Dienstleisters sind. Auch mit dem habe ich mich schon getroffen. Da sind wir dran. Das Problem ist an der Stelle tatsächlich, dass wir nicht so viele IT-Dienstleister in Deutschland haben, die in der Lage sind, insgesamt diese Aufgabe zu schultern und deshalb müssen wir versuchen, dass wir, da habe ich auch schon den, mir einen Rüffel auch des stellvertretenden, Bauernverbandpräsidenten von Herrn Kunz eingefangen, sehr zu Beginn meiner Amtszeit, da sind wir dran und wir werden da auch nicht nachlassen, weiterhin Druck auszuüben und mit, gemeinsam mit der Geschäftsleitung bei der WIBank und auch eben dem IT-Dienstleister zu Lösungen zu kommen und dafür zu sorgen, dass Verzögerungen, die an dieser Stelle in der Vergangenheit eingetreten sind, in Zukunft nicht mehr eintreten werden. Ja, da kann ich Ihnen versprechen, wir sind dran, wir versuchen, das zu realisieren, aber es ist ein aktuell mühsames Geschäft, das ist einfach so. Aber auch das nehme ich gerne wieder mit, wobei, wie gesagt, das brauche ich eigentlich mitnehmen, weil das ist ein Thema, was ich regelmäßig auch mit der WIBank, auch in regelmäßigen Jourfixen immer wieder thematisiere und ja, wo wir einfach zu einer anderen Performance kommen müssen, das ist mir auch bewusst. das Beispiel mit Bayern oder der Vergleich mit Bayern, was die Zahlung betrifft, am Ende des Tages ist es, ja, es ist eine Billigkeitsleistung und Bayern kann sich manchmal etwas mehr leisten als wir, aber auch das nehme ich gerne mit, um zu schauen, was für Möglichkeiten wir haben. Umgekehrt muss ich allerdings tatsächlich auch sagen, ich habe eben schon mal kurz darauf hingewiesen, und ich tue mich immer schwer damit zu sagen, ja, sowas kriegen wir irgendwie hin, das hielt ich für unseriös. Wir sind in schwierigen haushalterischen Situationen, wir führen intensive Gespräche an, Finanzministerium und da zu versprechen, wir kriegen das auf alle Fälle hin, wir kriegen ähnliche Förderquoten dann unter Umständen oder entsprechende Quoten, Unterstützungsquoten, wie das vielleicht in einem anderen Bundesland der Fall ist, das werden wir sehen müssen, ich nehme es als Anregung gerne mit, sage aber eben auch, wir sind finanzpolitisch aktuell in einer sehr, sehr schwerwiegenden oder schwierigen Situation, da weist unser Finanzminister auch regelmäßig drauf hin, und wenn man sich die Steuerschätzung anguckt, dann bekommt man das eben auch mit und da unseriöse Zusagen machen, das möchte ich nicht, aber wie gesagt, ich nehme es mit und prüfe das gerne und gucke, was wir für Möglichkeiten haben, aber in Anbetracht der aktuellen Finanzsituation hielte ich das jetzt jedenfalls nicht aus dem hohlen Bauch heraus für etwas, was wir ohne weiteres dann eben zusagen können oder ich hier heute Abend zusagen kann oder sagen kann, dass wir dann auf alle Fälle hinbekommen werden. Was anderes ist natürlich die Frage, wie schnell sind wir? Da immer gern, auch das biete ich an, übrigens auch bei der Frage WIBank, am Ende des Tages haben uns nämlich die WIBank und übrigens auch besagter Herr Trautmann bestätigt, dass es in den meisten Fällen am Ende des Tages doch irgendwie zeitig noch geklappt hat, nur in Einzelfällen nicht, das ist, das Angebot habe ich schon in anderen Zusammenhängen gemacht und das mache ich auch gerne hier wieder. Wenn es bei Ihnen nicht klappt und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder es ist doch kein Einzelfall oder wenn es ein Einzelfall ist, dann gehe ich dem gerne hinterher und gehe auch mit dem konkreten Einzelfall zur WIBank und sage, so, da haben wir jetzt diesen Einzelfall und den möchte ich jetzt bitte geprüft haben und ich möchte eine Lösung dafür haben, das biete ich Ihnen gerne an. Können Sie mich jederzeit anmailen, das ist gar kein Thema, dann gehe ich dem auch wirklich persönlich beziehungsweise mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinterher, das ist ein Angebot, was steht und das ist übrigens auch bei der, das gilt natürlich nicht nur für Sie, das gilt für alle hier und das ist auch etwas, wenn es bei der Auszahlung über die Fachdienste nicht rechtzeitig funktioniert, immer der Hinweis, immer möglichst konkret, weil dann können wir dem Ganzen nachgehen und dann werden wir unabhängig von den Gesprächen, auf die ich jetzt eben hingewiesen habe und die ich ohnehin immer auf einer grundsätzlichen Ebene führe, wir müssen besser werden, wir müssen schneller werden, wir müssen resilienter werden, wir müssen eine bessere Performance an der Stelle über die WIBank oder mit der WIBank gemeinsam hinbekommen, das machen wir sowieso, aber wenn wir an konkreten Einzelfällen arbeiten können, dann ist es umso besser und da würde ich Sie dann auch wirklich bitten, nutzen Sie die Möglichkeit, mailen Sie mich an und dann gehen wir dem auch hinterher. Ja, vielleicht habe ich da was, zwei Sätze zu sagen, also der Herr Joran von der WIBank hat so schön geschrieben und wir wollen es ihm auch glauben, das Tal der Tränen wäre durchritten, hoffentlich ist das so, wir müssen natürlich auch unterscheiden, wir haben einmal den großen Block der Direktzahlung und was vorhin angesprochen war, waren die Heimzahlungen, die gibt es, die Heimzahlungen kamen aus Sicht der Landwirte verspätet, die Bürokraten sagen eigentlich nein, weil die EPU-Auszahlungsverordnung sind vor bis 30.06. sollten die da sein, die ist eben in den vergangenen Jahren immer früher ausgezahlt worden und das ist das, was ich jetzt schließt sich so wieder dieses ganze Netz, was ich vorhin sagte, die Schose ist so kompliziert geworden, dass es diesmal länger gebraucht hat, bis man zur Auszahlung gebracht hat, aber hier die Bauern haben Glück, die haben und die Fachgegenstelle macht, was er kann und dann sind, sage ich mal, möglichst schnell zumindest das, was in unteren Macht waren, die Zahlungen rausgegangen, aber Tatsache ist, dass, das weiß das Ministerium, das wissen auch wir, aber vor allem die BIPAN und die, die durch als Dienstleister, da muss sich was ändern, aber ich sage mal so, wir dürfen uns da nichts vormachen, also das, was Sie auf Ihren Anträgen immer sehen, also was da mittlerweile an Datenvolumen, an Mengen hinter ist, das muss verarbeitet werden und wir lagen auch nicht hinten, das System ist umgestellt worden und das war eine Auszahlung, die gebraucht hat, das ist keine Entschuldigung, aber wie gesagt, ich glaube, es muss sich an den Gesamt gesteht, das Systematik, es muss beeinfacht werden, dass das Gelder, die verantragt werden, dann auch schneller ausgezahlt werden. Ich denke, das ist einfach die Verwaltung, den Praktikerspulten. Das ist das eine. Dann Weidetierschutz, hat sie gleich. Weidetierschutz, da hat vorgestern eine Besprechung stattgefunden, da gibt es eine Richtlinienüberarbeitung, das wird jetzt in der nächsten Zeit dann rauskommen. Die Arbeitsgruppe hat getan. Zu den Unterschieden zu Bayern muss ich sagen, so ganz unzufrieden sollten wir Hessen mit unserem Weidetierschutz, mit den Förderquoten nicht sein, denn die Fördergrundsätze waren doch sehr, sehr angepasst festgelegt, um nicht zu sagen niedrig. Das war also sehr praxis- oder ist sehr praxisfreundlich, was da alle gefördert wird. Damit sehen wir mit diesem 80 Prozent eigentlich gar nicht so schlecht aus. Bayern kann höher sein in der Förderquote, aber wir müssen auch gucken, was in Bayern gefördert wird. Und es wird dann jetzt in 2025 da eine Änderung geben. Wie gesagt, das sind Billigkeitsleistungen des Landes und das Geld muss dann auch irgendwo herkommen. Und ich glaube, in der derzeitigen Diskussion wird es für den Haushalt 25 keinesfalls einfach verstanden. Für 24. Und trotzdem war ich mitbekommen, das hohe Landwirtschaft hat relativ gute Karten in den Haushaltsverhandlungen. So ist das auf der Besprechung gesagt worden. Wollen wir mal, ob das ist und da wollen wir mal sehen, was bei den neuen beiden betrifft. Ja, ich habe nur zwei Kleinigkeiten. Ich möchte nochmal anregen, dass Sie das mitnehmen können nach Wiesbaden auch. Aus der Praxis mal so ein bisschen. Ist ja direkt an Sie jetzt, aber es geht wegen den Fleischbeschaugebühren nochmal. Wir waren ja letzte Woche mit den Ortslandwirten in Fritzlar und haben da einen ganz ruhigen Betrieb kennengelernt und hat uns, glaube ich, alle sehr beeindruckt. Ich habe nur heute gerade aktuell in der Zeitung gelesen, in unserer Tageszeitung, dass die Fleischbeschaugebühren um 300 Prozent auf 34 Euro pro Schwein angebogen worden sind. Das ist ja eine Kreislage. Ich wollte das aber trotzdem mal anregen oder einfach mal sagen, dass man das mal einfach hier öffentlich macht. Weil das ist, für mich ist das, ich bin ehemaliger Schweinehalter, ich habe da Gott sei Dank kein Problem mehr mit. Aber das ist für den Betrieb, der da unten in Fritzlar war, so ein Betrieb, das ist der einzige Schlachtbetrieb in den ganzen Nordrösen, so wie ich das sehe, weil der kann man keinen mehr. Watt-Bellenhaus ist weg, Watt-Bildung ist weg, ein paar kleine Schlachter bestimmt noch. Und der, er hatte so uns das dargestellt, dass er ja mehr oder weniger gedrängt worden ist, auch vom Land Hessen, sehr stark gefordert worden. Das geht ja in den Millionen da. Und ich habe noch heute das gedacht, Mensch, 34 Euro, also dafür, wer kann dafür schlachten und wer kann dafür erzeugen? Und wer kann es vermarkten? Also das, nur das einfach mal so sagt, das finde ich unmöglich, weil das ist, das beißt sich einfach. Wir hätten mal groß gepredigt, regional, weil sie erst am Anfang auch so gesagt haben, regional, und dann wird es auf der Kreisebene hier kaputt gemacht, mit diesen Schlachtgeschüren, die so stark angestiegen sind. Steht heute in der Zeitung, ich ziehe mich da drauf. Da wollte ich nur sagen, ich bin jetzt, wir haben nur so ein paar vereilaufende Hühner, die können Sie gar nicht vermarkten. Nur, dass man einfach mal drüber spricht, wir haben das gemacht, gerne, und das sind ja 50 bis 100 Stück, da sind wir da weit gefahren, wenn Sie sich offiziell schlachten wollen, mit Gebühren, also es lohnt sich nicht. Wir hatten Markt dafür, würden die locker loskriegen, aber sie kommen in die Tonne, nur, dass Sie das wissen. Wir haben eben nicht so viele, wir haben ja große Betriebe auch hier, da kommen dann LKWs, die gehen aber alle ins Großland, neben den Wind. Und das ist eben auch schade, weil einfach alles so toll geworden ist. Danke. Jetzt soll es sagen. Ja, auch Herr Köfer, ich bin Milchviehhalte hier aus dem Kreisgebiet und ich wollte Ihnen gerne auch nochmal ein kleines Anliegen mitgeben, Anschluss an die roten Gebiete, Stickstoffdüngung. Und zwar haben wir auch in der Milchviehhalte, denke ich, da Probleme mit. Es ist immer noch Fakt, dass die Milchkuh 80 Gramm Rohprotein braucht, um einen Liter Milch zu erzeugen und die mangelnde Stickstoffdüngung, die uns die letzte Regierung oder Europa so aufdrückt, macht mir ein bisschen Sorgen als Tierernährer, dass wir unsere Tiere eigentlich auch nicht ausreichend mit der Protein versorgen können. Und das wissen wir alle immer noch, die mangelnde Stickstoffdüngung lässt den Weizen in der Qualität sinken. Wir haben keine Backweizensorten mehr, die ausreichend für die Mühlen die Qualitäten bringen können. Und wenn ich die Harnstoffwerte von unserer Milch, die wir so abliefern, so manchmal so sehe, dann brauchen wir eigentlich auch bessere Grassilage mit höheren Proteinwerten. Und das möchte ich Ihnen und auch Jan Wilhelm und Frau Ravensburg mal auch mitgeben. Sie werden daran gemessen, wir haben in Hessen nur einen Regierungswechsel und sie werden auch daran gemessen, diese teilweise sehr sinnlose Politik, die wir in Hessen gehabt haben, die auch viel Geld verschlungen hat. Und wenn ich an unseren Kollegen, den Schafhalter, eben denke und höre, für mich ist es auch völlig sinnlos, zwei Meter hohe Elektrozäune aufzubauen. Ich weiß auch, was das für eine Arbeit ist und was das für Kosten sind. Für einen Wolf, den eigentlich keiner braucht, den unsere Vorfahren schon Jahrhunderten und Jahrtausende ausgerottet haben. Wir machen da so einen, Entschuldigung, ein bisschen Schwachsinn. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn Sie dann sagen, die Finanzkassen sind leer, muss ich mal mit unserem Finanzminister sprechen. Ja, wenn für sowas Geld ausgegeben wird, dann tut es mir leid. Ich hoffe, nehmen Sie es mit nach Wiesbaden und Jan Wilhelm, du bist ja auch immer ein Ansprechpartner für uns, nehmt es mit. Ihr werdet daran gemessen, was von diesen Sachen, die für uns Praktiker völlig unvollständlich sind, was da wegkommt. Und wie die neue Regierung damit umgeht. Und habt den Mut, streicht einfach mal was und macht euch keine Gedanken über noch bessere Zäune. Sonst kommen Sie einfach mal weg und andere Lösungen her. Dankeschön. Ja, dann würden wir die Fragerunde jetzt mal langsam beenden. Herr Köfer wollte noch nach Wiesbaden zurück oder wo er heute Nacht schläft. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber das war nicht im Landkreis. Wir bedanken uns ganz herzlich. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen, was uns so auf der Seele brennt. Wir haben Ihre Adresse, oder ich habe sie zumindest, und die Telefonnummer. Also, wenn es irgendwelche Anliegen gibt, bitte direkt melden. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie hier gewesen sind. Herr Backhaus auch, kommt aus dem Landkreis. Mit der Mutter habe ich öfters mal mit dem Hessischen Waldbesitzerverband zu tun. Schön, dass man auch einen direkten Ansprechpartner hier im Landkreis hat. Also nur dieser kleine Hinweis noch. Und schön, dass Sie auch mitgekommen sind. Wir hätten hier noch eine kleine Stärkung für die Heimreise, dass Sie sich auch wieder hier in die Nähe trauen, wenn wir wieder einen Termin haben. Ja, vielen Dank. Dann machen wir mal weiter im Programm. Little, um左 Hunter in, um einen ho acompa backwards Wir sehen.